Samstag Nachmittag, der Sportplatz am Bayer in Flieden, das große Saisonfinale der Fußball-Lotto-Hessenliga. Der SV Bochonia Flieden trifft auf den KSV Hessen-Kassel. Für beide Mannschaften geht es heute um sehr viel. Die Fliedener müssen heute hier gewinnen, um den Klassenerhalt noch erreichen zu können. Brauchen zudem Schützenhilfe der KSV Hessen-Kassel. Der kämpft noch um den Platz in der Aufstiegsrunde. Auch die Löwen brauchen hier einen Dreier und Schützenhilfe vom bereits feststehenden Meister FC Gießen, der heute gegen Bayern Alzenau spielt, den derzeitigen Tabellenzweiten. Riesenstimmung hier am Bayer, 2000 Zuschauer sind gekommen. Anstoß um 15 Uhr. Und hier geht es gleich richtig zur Sache. Beide Mannschaften im Angriffsmodus. Dritte Minute Marco David. Der Kasseler zieht einfach mal ab und sein Schuss geht knapp über den Kasten. Sechs Minuten später, Ballgewinn der Boronen auf der linken Seite. Der Ball kommt zu Marc Götze. Der zieht zur Grundlinie, setzt sich durch. Schöner Ball in die Mitte auf. Luca Gaul, aber dessen Abschluss zu ungenau. Jetzt eine knappe halbe Stunde gespielt. Lukas Hohmann, der Fliedener Keeper, hat den Ball. Dann ein langer Schlag nach vorne auf Fabian Schaub. Der setzt sich mit einer Körperdrehung durch, zielt ab und trifft. Ein typisches Schaub-Tor. Die 26. Spielminute, das 1 zu 0. Fünf Minuten später, es gibt ein Wurf für die Gäste. Dann Getümmel im Strafraum. Sebastian schmerzt sich, abtrifft den Ball nicht richtig. Dann Marco David an den Pfosten. John Mocke von der rechten Seite. Der Ball ist im Kasten. Der Treffer zählt aber nicht abseits. Die letzten Sekunden vor der Pause laufen die Boronen. Führen immer noch 1 zu 0. Eine ganz starke erste Hälfte der Fliedener. Dann noch einmal Fabian Schaub mit der Flanke. Marc Götze und sein Abschluss knapp über das Tor. Mit der nicht unverdienten 1 zu 0-Führung der Gastgeber geht es dann auch in die Kabinen. Wir sind jetzt in der 51. Minute. Es gibt Freistoß für den KSV Hessen Kassel. Tim Philipp Brandner und Glanzparade von Lukas Hohmann. Jetzt eine gute Stunde gespielt. Marc Götze schlägt den Ball nach vorne auf. Fabian Schaub der gegen Ingmar Merle. Der hält von hinten fest. Ein Foul. Und Schiedsrichter Christian Ballweg aus Zwingenberg entscheidet sofort auf Notbremse. Rot für Merle. Der KSV Hessen Kassel jetzt nur noch zu 10. Der folgende Freistoß aus guter Position. 17 Meter. Andreas Dresdor sucht es flach. Aber Niklas Hartmann im Kasseler Gehäuse hat aufgepasst. Sechs Minuten später die Kasseler in Unterzahl aber jetzt plötzlich mit mehr Spielanteilen. Der Ball kommt zu Sebastian Schmeier auf der rechten Seite. Er bringt den Ball nach innen. Dann Lukas und Nico Hohmann. Die beiden Brüder behindern sich gegenseitig. Tim Philipp Brandner sagt Dankeschön. Die 68. Spielminute. Das 1 zu 1. Noch gut 15 Minuten zu spielen. Immer noch 1 zu 1. Beide Teams brauchen jetzt eigentlich noch einen Treffer. Adrian Bravo-Sanchez auf Sebastian Schmeier. Toller Schuss. Glanzparade von Lukas Hohmann im Fliedener Kasten. Der dann mit einem langen Abschlag. Dann Fabian Schaub gegen Niklas Hartmann. Schaub dreht sich, zieht ab und die Latte rettet für die Gäste. Drei Minuten später wieder die Kasseler. Wie gesagt, ein Mann weniger. Dann im Strafraum Ekli. Miloschai auf Sebastian Schmeier. Der setzt sich durch, zieht aus der Drehung ab und trifft die 79. Spielminute. Das 1 zu 2. Riesenjubel natürlich jetzt bei den Gästen. Unverständnis bei den Gastgebern. Hat man die Führung doch in Überzahl abgegeben. Dann die Nachspielzeit. Andrej Leibold mit einem Fehler. John Mocke auf und davon. Mocke. Immer noch Mocke. Und der schiebt ein. Die dritte Minute der Nachspielzeit. Die Entscheidung. Das 1 zu 3. Wenig später ist dann auch Schluss. Der SV Bochonia-Flieten unterliegt dem KSV Hessen-Kassel mit 1 zu 3. Und muss den Gang in die Verbandsliga Nord antreten. Die Kasseler, die können sich noch kurz freuen. Dann aber die Nachricht aus Gießen. Bayern-Alsenau hat in den letzten Minuten nach einem 0 zu 2 Rückstand noch 2 zu 2 gespielt. Und zieht damit in die Aufstiegsrunde ein. Die Nordhessen damit nur Dritter. Und aus dem Aufstiegsrennen. Dann einige unschöne Szenen. Fliedener Fans hatten sich über den Alsenauer-Ausgleich gefreut. Daraufhin gibt es Schläge. Tobias Bartel, der Fliedener, versucht zu schlichten. Und wird daraufhin von den Löwen-Anhängern ebenfalls geschubst und geschlagen. Das Ganze könnte noch Folgen für die Gäste haben.